Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute gibt es eine ganz spezielle Folge und zwar, wie das im Fernsehen am Ende des Jahres so üblich ist, machen wir heute einen Jahresrückblick und schauen uns einfach mal an, was denn dieses Jahr so im Print-on-Demand-Business, aber hauptsächlich auf Merch bei Amazon passiert ist. Und dafür habe ich mir einen Gast geladen, damit ich hier nicht nur alleine in die Kamera quatsche und das Ganze eine etwas lustigere Angelegenheit wird. Und mein Gast ist jemand ganz Spezielles und zwar ist es der Print-on-Demand-YouTuber mit dem meisten Bass in der Stimme, der Mann mit dem vermutlich bequemsten Bürostuhl im ganzen Game und der Entrepreneur, der schon von Anfang an gesagt hat, kauft bloß nicht meinen Kurs und an der Stelle werden die meisten schon wissen, von wem ich spreche und zwar vom guten Petty. Hallo, mein Lieber! Hallo, mein Name ist Petty. Ja, danke, dass ich da bin. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, danke, danke. Wir wollen heute einmal aufs Jahr zurückgucken. Ich würde sagen, wir ersparen uns diese fünf Minuten Vorgeplänke mit Vorstellungen. Die meisten werden dich und vermutlich auch mich sehen, wenn sie jetzt auf meinem Kanal das Video gucken. Aber ich verlinke natürlich nochmal Petty's YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal abchecken. Er macht durchaus auch anderen Content. Du zeichnest zum Beispiel auch selber nicht. Das ist eine Sache, um die ich dich durchaus beneide. Also da gerne mal rüber switchen und auch dort ein Abo da lassen. Und ja, du bist auch der Mann hinter dem Discord-Server, hinter unserem Print-on-Demand-Community-Discord-Server. Stimmt's? Ja, genau, genau. Da war einfach die Überlegung, mal ein bisschen was anderes zu machen. Ein bisschen mit der Community was Großes zu schaffen, was Neues. Ja, auch den können wir gerne nochmal unter dem Video verlinken, dass ihr dort joinen könnt. Und auch dort sind tatsächlich mittlerweile extrem viele Content-Creator mittlerweile vertreten. Die haben dort alle ihren eigenen Channel, posten auch dort ihre Videos und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was dieser Discord-Server so neu geschaffen hat, was es ja vorher eigentlich noch nicht gab. Vorher war das mehr wie so ein, na, ich möchte nicht sagen gegeneinander, aber zumindest so ein Nebeneinander-Herleben. Und mittlerweile haben sich dort wirklich alle irgendwie zusammengefunden und tauschen sich halt auch wirklich aus. Also auch die Content-Creator, was eine echt coole Sache ist. Und dadurch ist ja dann auch irgendwo dieser Community-Adventskalender gewachsen, ja, der ja auch noch nicht zu Ende ist jetzt, wo dieses Video rauskommt. Also da gerne auch nochmal reingucken. So, ja, dann würde ich sagen, haben wir das. Gucken wir uns mal das Jahr an, beziehungsweise vorab vielleicht erstmal, Petty, an dich die Frage, wie ist dein Q4 gelaufen? Das ist ja nun mehr oder weniger vorbei. Erzähl mal was. Also mein Q4 läuft noch, einfach aufgrund der guten Lieferzeiten noch in den europäischen Ländern. Aber ich glaube, jetzt, also aktueller Stand jetzt am 17.12. um 10 Uhr ist, glaube ich, Frankreich und Italien raus. Okay. Und US halt. Ja, Spanien. Nee, die E läuft immer noch. Läuft immer noch, ja. Also es war ja kurzzeitig so wie auf dem US-Markt, dass quasi... Ja, das hat wieder geswitcht, ne? Genau, und dann hat es wieder geswitcht, dass es doch wieder Verkäufe reinkommen. Dann hatte ich gleich an dem Tag wieder die Werbung reaktiviert und dann, ja, laufen doch nochmal jetzt ja ganz gute drei Tage. Okay. Ja, und aktuell, ich hoffe, dass das komplette Wochenende noch lieferbar ist. Das wäre wild. Also es wäre wirklich wild. Ansonsten könnte heute eventuell nochmal ein guter, starker Tag werden. Mal gucken. Also ich kann mich bis jetzt rein vom Q4, von den Lieferzeiten her nicht beschweren. Ja, eventuell einfach hätte ich dieses Jahr noch ein paar andere Sachen, also ein bisschen was anders gemacht. Ja, dann wäre es wahrscheinlich noch besser gelaufen. Ja, und bei dir, wie lief denn dein Q4? An und für sich gut. Also ich hatte es ja schon mal in meinem letzten Video angesprochen, dass es dadurch, dass ich jetzt hauptsächlich auf dem US-Markt unterwegs bin, ist natürlich da das von den Sales ja doch relativ stark eingebrochen, als dort die Lieferzeiten da nicht mehr gepasst haben. Aber ansonsten bin ich, insgesamt bin ich absolut zufrieden. Hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass es jetzt im Nachgang trotzdem noch so gut läuft. Also ich hätte mit einer deutlich stärkeren Kurve nach unten gerechnet, aber das ging dann tatsächlich richtig gut. DE, ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher, wo wir drüber sprechen, ob ich die Werbung noch an habe oder nicht. Weil das ging irgendwie hin und her. Also das war tatsächlich, die Lieferzeiten haben gepasst, dann nicht mehr und dann haben sie wieder gepasst, dann habe ich wieder angestellt, dann wieder abgestellt. Und jetzt bin ich mir tatsächlich unsicher, ob ich sie jetzt aktuell gerade noch laufen lassen habe. Muss ich vielleicht nach dem Video mal reingucken, ob ich da nicht ein bisschen was verpasse. Aber ansonsten ist der DE-Markt für mich jetzt auch nicht so überragend gelaufen. UK ist jetzt in den letzten Tagen nochmal richtig super gewesen und aber auch die anderen Frittesmarktplätze. Also da bin ich durchaus sehr zufrieden. Auch wenn das natürlich ein niedriges Niveau ist im Vergleich zu dem, was ich sonst so auf dem US-Markt habe. Aber insgesamt war es für mich ein wirklich anständiges Q4. Und kleiner Spoiler vielleicht schon für das Monats-Update dann. Also es sieht ganz gut aus, dass ich tatsächlich den fünfstelligen Umsatz knacke. War ja auch so ein kleiner Meilenstein, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht passt das ja. Aber es sieht tatsächlich ganz gut aus, ja, für den Itzheimer jetzt. Ist natürlich nur Umsatz, also kein Gewinn, aber trotzdem. Man muss sich über die kleinen Dinge im Leben freuen, ne? Genau, genau, genau. Richtig, richtig, richtig. Okay, ja, perfekt. Ist ja auch so, so ein kleines Ziel nochmal den Umsatz zu erhöhen für nächstes Jahr. Aber da reden wir bestimmt auch nochmal drüber. Du möchtest doch eine Null dran haben, ja? Äh, ne, 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 aber gedoppelt wäre schon schön. Ja, ja. Na ja, klar, nach großem Streben, ja. Ja, wir werden auch nachher noch über das nächste Jahr sprechen, würde ich sagen. Aber dann gucken wir jetzt erstmal, was ist denn so dieses Jahr passiert. Ich werde auch nachher nochmal ein paar Verkäufe von mir zeigen. Das heißt, aus den einzelnen Monaten, wo ich die News, wo wir jetzt die News besprechen. Und zwar habe ich das chronologisch aufgebaut, habe einfach mal rausgesucht, was denn so die Oma, ja, die Box von Amazon uns ausgespuckt hat dieses Jahr. Und ich bin gespannt, ob wir uns noch an alle Sachen erinnern können, was da überhaupt gewesen ist. Aber ich blende das einfach mal hier so als Banner ein. Und da sehen wir, am 27.01. kam schon die erste Meldung. Und zwar ab heute gelten unsere aktualisierten Richtlinien. Sie verbieten ausdrücklich Inhalte, die illegale Aktivität unterstützen, sowie Inhalte, die provokativ oder sexuell anstößig sind. Das war doch eine relativ große News, würde ich sagen, im POD oder im Merch-by-Amazon-Kreis, die auch zu einigen Takedowns geführt hat. Und man musste in dem Moment auch nicht so richtig, okay, was ist jetzt provokativ oder sexuell anstößig? Und was sind alles illegale Aktivitäten? Oder, ja, ich sage mal, man durfte diese nicht mehr mehr unterstützen. Ja, was heißt das alles? Was ist nur verboten? Und ich weiß noch, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich auch zwei Takedowns hatte, die ich auch in einem Video sogar gezeigt habe, also wo ich das Design veröffentlicht hatte. Das war ein Christmas-Design, so ein ugly Christmas-Design, wo, glaube ich, Sex irgendwie drin vorkommt. Also nur das Wort und sexy im Listing und ein, ja, das war so in die Richtung Anime-Hentai-Shirt. Das ist auch runtergeflogen. Aber, Petty, wie war es bei dir? Musstest du auch leiden, federn lassen? Äh, nee, musste ich nicht, ähm, weil ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da nicht so viel in die Richtung online. Ähm, aber ich habe, äh, ähm, ähm, aber ich hatte Kontakt mit jemandem gehabt, wo, wo diese Richtlinienänderung war und der hatte wirklich, ich weiß nicht, 80% seines Accounts bestand aus diesem, ähm, Hentai-Kram. Ja. Und dem ist quasi alles runtergeflogen und noch obendrauf ist, glaube ich, drei Tage nachdem alles getaggt hat und wurde sein Account auch flöten gegangen. Oh, okay. Also das ist schon so. Also das hatte ich jetzt noch nicht gehört, dass jemand sein Account deswegen verloren hat. Ähm, also aufgrund dieser Richtlinienänderung, weil im Prinzip war es ja vorher nicht so. Also vorher durfte man es ja, aber, ja gut, wenn es natürlich 80% ist, die Frage ist halt, ja, was verkaufst du dann überhaupt noch, ne, danach? Ja, richtig. Und man weiß ja auch nicht, ähm, also wenn man so ein Portfolio an, also gerade dieser Nische hat, ob man da wirklich alles selber gemacht hat oder nicht eben doch irgendwo, ne, irgendwelche Verletzungen begangen hat. Schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, es war auch ein YouTuber im deutschsprachigen Raum, der mal was darüber gesagt hat, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein, wer das war, dem auch aufgefallen ist, nachdem er sowas hochgeladen hatte, das war auch irgendwie im Anime-Bereich, dass er im Nachhinein über so einen Google-Reverse-Bildersuche festgestellt hat, dass diese Anime-Figur im Prinzip tatsächlich aus einer Serie ist, die er aber überhaupt nicht kannte, weil sie hier auch gar nicht bekannt ist, also halt wirklich dann nur im japanischen Bereich oder so. Gibt ja da dutzende Sachen, ja, die man gar nicht alle kennen kann. Und das hat er dann eben auch runtergenommen, ich weiß nicht, ob es ihm runtergenommen wurde, aber sowas kann natürlich auch passieren, ne, dass man das einfach nur nicht auf dem Schirm hat. Ich meine, ja, gerade wenn man in dem Bereich jetzt nicht wirklich total der Freak ist und da alles auswendig kennt, ja, wenn du halt so ein Anime-Girl da siehst, was weiß ich, ob das aus irgendeiner Serie ist, ne? Ja, richtig, richtig. Ja, es ist eine schwierige, also ich glaube, eine schwierige Nische, wo man jetzt nicht einfach blind reingehen sollte, nur weil man sieht, da werden Verkäufe generiert und so und dann geht man auf Wechsel zum Beispiel und denkt, okay, wird schon safe sein. Das Video, was du gerade ansprichst, habe ich auch gesehen und er hat, glaube ich, im Nachgang oder bei deinem anderen Review-Prozess hat er eine Rejection gekriegt. Also, so war das ja. Ja, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich mit dieser Änderung irgendwie abgefunden. Also, man arbeitet jetzt drumherum. Am Anfang war das ja doch relativ großer Aufreger, ne? Was darfst du jetzt noch ins Listing schreiben? Manche Designs wurden ja wirklich rejected wegen, ja, nur weil es sexy oder so zum Beispiel. Also, das Design hat ja überhaupt nichts Anzügliches oder nichts Provokatives an sich. Da stand halt nur dieses Wort im Listing und dann wurde es schon runtergenommen oder halt rejected. Das war ein bisschen nervig. Mittlerweile, finde ich, geht's. Also, hat sich das irgendwie ein bisschen beruhigt um diese Thematik, oder? Ja, sehe ich auch so. Also, ich habe, glaube, auch ein paar Sachen, wo irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ein sexy Polizist oder so und ich glaube, das rutscht in die andere Review, also in den manuellen Prozess. Aber es geht dann halt einfach durch. Und das Fripper-T-Shirt. Ja, genau. Sehr gut. Ja, naja, das ist ja gut, wenn es dann durchkommt, ne? Ja, wie sah der Januar so aus? Können wir auch mal kurz gucken. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob man das so hier vernünftig sehen kann, ob das groß genug ist. Aber ich denke mal, das sollte passen. So, ich hoffe, ich habe alles ausgeblendet. So, heute schon drei Verkäufe UK. Yay! Ja, mein Januar sah wie folgt aus. Januar 2021. Das war noch ziemlich schmal, muss ich sagen. Jetzt zurückblickend. Was war ich da? Ich glaube, T2000 müsste ich da gewesen sein. Ja, 311 Sales auf dem UK-Markt. Und die anderen hier so, ihr seht das kleckerweise. Ich habe das mal auch monatlich gestellt, weil täglich, ich weiß immer, ich finde immer, mit der Ansicht kann man nicht so viel anfangen. Ja, da kann man nicht so viel daraus ablesen. So, ich merke gerade, das ruckelt hier ganz schön. Ich hoffe, das ist nachher in der Aufnahme okay. 336 Sales. Ja, Petty, sag mal, so viel hattest du auf dem spanischen Markt alleine oder wie sieht das aus? Nee, da zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viel auf Spanien gehabt. Achso, okay. Das kam dann erst später. Ich glaube, ich hatte im November nicht, aber ich glaube, ich hatte im Januar das Niveau vom Oktober gehabt. Also so als Vergleich. Im Januar vom November? Nee, nee. Im Januar hatte ich das Niveau vom Oktober. Ach, vom Oktober. Okay, aber das ist ja auch schon sehr steil, oder? Ja, ja. Ja, ich müsste nochmal genauer gucken, aber leider Gottes lädt der Produkt da gerade. Ja, naja, gut. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ja, also hier mein bestverkauftes Shirt. Das war auch das, was im Dezember im Prinzip meine Sales getrieben hat, was hauptsächlich da im Dezember für mein gutes Abschneiden gesorgt hat. Hier waren es dann nur noch 27 Sales, aber immerhin noch gut, also zumindest prozentual für die Gesamtzahl an Verkäufen. Nicht schlecht. Ja, aber es ist schon spektakulär, wenn man das so sieht. Okay, 336 Verkäufe im ganzen Monat im Januar. Und jetzt hatte ich ja mittlerweile im Q4 Tage über 150, zum Teil sogar 200 Sales am Tag. Also fast den ganzen Monat sozusagen rausgeholt an einem Tag. Da ist definitiv schon eine Steigerung da gewesen, würde ich sagen. Das ist doch ganz nett. Ja, dann nächste News kommt rein. Tatsächlich erst am 1.3., da haben wir jetzt den Februar so ein bisschen übersprungen und zwar Hoodies mit Reißverschluss sind jetzt in Japan erhältlich. Das war, würde ich sagen, die wichtigste Meldung des Jahres. Also für mich hat das einen richtig großen Impact gegeben tatsächlich. Meine Sales-Zahlen haben sich verdrippelt quasi. Ja, ich weiß nicht. Hast du jemals ein Zip-Hoodie in Japan verkauft? Nee, ich glaube, die einzigen Produkte, die ich bis jetzt verkauft habe in Japan, sind T-Shirts. Ich glaube, ich habe noch gar nichts anderes verkauft. Na doch, ich glaube, einen normalen Hoodie schon. Aber also Zip-Hoodie, ja, interessiert mich jetzt nicht, weil ich die halt auch gar nicht hochlade. Also ich habe sie weder auf Japan, es sei denn durch ein Auto-Upload. Es kann natürlich sein, aber ich würde fast sagen, dass der Zip-Hoodie nicht automatisch hochgeladen wird, wenn man, zumindest muss man, glaube ich, ein Hoodie angewählt haben in der automatischen Erstellung, dass es halt nicht geresized werden muss, also dass sie zumindest dieses Format schon verfügbar haben. Müsste ich gucken, ob ich da irgendwie was verfügbar habe. Aber ansonsten, ja, das war jedenfalls nicht so eine bombastische News. Aber es kam noch eine im März dazu und zwar war das diese hier. Wir haben eine gute Nachricht für Sie. Da haben Sie nochmal ein bisschen Motivation drauf gelegt. Es gibt neue Handyhöhlen für das Samsung Galaxy S20, S20 Plus und Ultra. Ja, super, toll. Damit konnte man jetzt auch nicht so viel anfangen. Also man kann schon sehen, der März war jetzt nicht so spektakulär, was die News anging. Allerdings, ja, gingen da ja auch die Verkäufe, würde ich sagen, erst langsam wieder hoch. Das war ja so dieser Aufwärtstrend hin zum Vatertag. Auch da muss ich sagen, gut, ob man jetzt so eine News bekommt oder ob diese neuen Phone Cases mit dazugefügt werden, finde ich jetzt persönlich nicht so relevant, weil man bietet sie ja sowieso nur einmal auf den Phone Cases an. Also einmal Apple, einmal Samsung, aber ob da jetzt das neueste Modell dabei ist, also klar ist es gut, weil dann können auch die Leute dafür dann so eine Hülle kaufen. Aber für mich hatte das jetzt auch wiederum nicht so einen großen Impact. Und ich muss auch sagen, also im Rückblick sind die meisten Verkäufe bei mir über iPhone Cases entstanden. Weiß ich nicht, hast du da Zahlen bei dir? Kaum, kaum, aber auch nur aufgrund dessen, dass ich sehr spät angefangen habe, auf andere Produkte mit zu veröffentlichen. Dann auch einfach jetzt erst, wo die Handyhüllen quasi, ne, beziehungsweise jetzt erst, wo die Handyhüllen nicht kaufbar sind, habe ich angefangen, quasi all over Sachen kreieren zu lassen. Und ja, also ich kann daraus aktuell auch, ja genau, Patterns, kann ich auch überhaupt gar keine Resonanz ziehen. Aber man hört ja doch schon mal immer wieder aus der Community, dass Handyhüllen echt gut gehen können. Ja, also ich kenne jetzt auch so zwei, drei Leute, die tatsächlich ja auch den Großteil ihrer Verkäufe nur darüber machen, dass das gut geht. Habe ich vorher eigentlich schon gemerkt, also schon 2020 zu Halloween hatte ich ein paar, die ganz okay gelaufen sind. Also keine riesigen Verkäufe, aber da hat man schon gemerkt, okay, das funktioniert definitiv. Und ja, wenn man dafür halt speziell designt, ne. Aber ja, genau. Also jetzt bereite ich mich auch darauf vor, hatte ich auch schon mal in einem Video angesprochen, dass ich jetzt eine Designerin speziell habe, die sich nur darauf fokussiert. Und dann hoffe ich ja, dass im nächsten Jahr irgendwann mal wieder die Handyhüllen verfügbar sind. Also ich weiß nicht, hast du eine Einschätzung, wann, keine Ahnung, die wieder über den Suis-Kanal kommen? Oder hast du irgendwelche andere News dazu? Also ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht hängen die doch noch irgendwo in irgendeinem Schiffscontainer und die kommen noch. Aber ich hoffe ja auch irgendwo ein bisschen, dass jetzt so dann im ersten Quartal, spätestens im zweiten Quartal, dann auch in den europäischen Ländern die Handyhüllen kommen. Ja, das habe ich übrigens gestern festgestellt, weil ich selber jetzt auch ein neues Handy bekomme und mir dazu eine Handyhülle bestellen wollte. Und da habe ich festgestellt, dass auf dem deutschen Markt das Angebot da extrem mager ist. Also man merkt schon, dass Merch bei Amazon da nicht mit den Handyhüllen verfügbar ist, weil, ja, du hast ein paar offizielle Brands, die irgendwie was machen, aber auch super wenig. Also ich war da echt, ich habe am Ende so eine normale transparente Hülle genommen, weil ich einfach nichts Vernünftiges gefunden habe. Also das war schon ein bisschen traurig. Da benötigen sie definitiv unsere Unterstützung, würde ich sagen. Also Daumen drücken. Ja, hier könnt ihr nochmal meinen Februar sehen, den wir ja ein bisschen übersprungen haben. Ja, das war dann tatsächlich schlechter. Also der Januar lief gut, ja, was heißt schlechter, 20, 26 Sales oder was es sind, weniger, also ungefähr auf dem gleichen Niveau, was vermutlich daran liegt. Wir können ja nochmal runterscrollen, dass hier dann mein Bestseller-Shirt nicht mehr so gut lief. Ja, sieht man, das ist dann ein bisschen abgeflacht. Ja, dann gucken wir direkt nochmal in den März rein. Ich weiß nicht, Patti, wie war bei dir? Februar ging das da schon los mit den krassen Friedens-Sales? Also erstmal, der Produkte hat jetzt geladen, jetzt kann ich auch mal ein bisschen mitsprechen. Also der Januar, jetzt sehe ich es nochmal im direkten Vergleich, der Januar ist fast gleichauf mit meinem November gewesen. Ach komm. Ja, was ist das für ein Flex hier? Waren so knapp 300 Verkäufe weniger waren es gewesen. Also im November hatte ich 2227 und im Januar 1921. Also passt schon. Sehr gut. Und im Februar hatte ich dann einen leichten Anstieg von 200 Sales, also 2171. Ja. Okay. Da kann ich jetzt noch nicht so mithalten, aber gut. Der Seller da, um den es da geht, der hat, ich glaube, da wurde er hochgeladen, hat da aber noch nur so vereinzelte Verkäufe gemacht. Ja, ja. Also im März ging es bei mir tatsächlich relativ gut los. Das war auch mein Top-Monat, wie ihr sehen könnt, in Japan, hier mit 21 Sales. Und da gab es dann schon eine deutliche Steigerung auf dem US-Markt. Ja, lässt sich jetzt schwer sagen, aber ich würde fast sagen, das sind schon im März so ganz leichte Zahlen, die nach oben gehen vom Vatertag. Also dass es da schon so ein bisschen zumindest angezogen hat. Aber zumindest schon mal 700 Sales. Das war auch, meine ich, der Monat, wo ich dann hochgestuft wurde auf T4000. Oder war das sogar noch davor? Und dann kamen ja auch diese Japan-Tier-Ups. Das habe ich tatsächlich nicht als News mit rausgehauen. Aber es gab ja dieses Japan-Pilot-Programm auch schon im Ende des Jahres 2020. Gab es meiner Meinung nach auch schon eine Runde, wo es Japan-Tier-Ups gab. Da war ich noch nicht dabei. Aber dann eben zwei im Frühjahr. Ich glaube, einer im März, einer im April. Wie gesagt, so ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Ist ja auch egal, wo ich dann im Prinzip von T4000 auf T20.000 hochgestuft wurde. Völlig crazy. Übrigens, hier sieht man nochmal schön, dass ich dort noch nicht die ursprüngliche, also die jetzige Preisstrategie hatte. Also hier noch mit 2 Euro noch was, 3 Dollar noch was unterwegs. Jetzt im Q4 habe ich es ja bis auf knapp 550 sogar bei den Dollar hochgeschafft. Aber hier sieht das zumindest schon mal nicht schlecht aus, was nicht unbedingt an diesem Tier-Up lag. Denn ich habe ja bis zum heutigen Tag gerade mal knapp über 3000 Live-Designs online. Also ich habe jetzt nicht signifikant, dadurch, dass ich mehr Plätze hatte, irgendwie super viel mehr hochgeladen. Best verkauftes Shirt hier, 21 Sales. Aber der März lief zumindest auch schon mal nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter in den April. Und da wird es jetzt, glaube ich, etwas spannender. Und zwar, zuvor beschrieb Ihre Stufe die maximale Anzahl von Produkten. Ab heute geben die Stufen die Gesamtzahl der Designs an, die Sie erstellen können. Das war, würde ich mal sagen, wirklich die Nachricht des Jahres, die alles so ein bisschen umgekrempelt hat. Umstellung des Tiersystems. Ja, wie ist es dir da ergangen? Was hast du gedacht? Erstmal dachte ich mir so, ja, positiv. Und ich habe das auch als Anreiz genommen, dieses Update sozusagen auf andere Produkte zu veröffentlichen. Also vorher bin ich echt, war einfach auch teilweise doof von mir. Einfach immer ein Design, ein Standard-Shirt und immer hoch, hoch, hoch. Also es war, hat sich irgendwie so eingebürgert. Und ich habe dann immer erst, wenn ein Shirt sich verkauft hat, dann immer erst alle anderen Produkte aktiviert. Und ich glaube, ja, da habe ich natürlich mega viel liegen lassen. Auch, also mich hat jetzt nicht irgendwie das Tier beschränkt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich, weiß ich nicht, T20.000 müsste ich gewesen sein. Ja, ich weiß nicht warum, aber gut, ab dem Tag an, dann habe ich dann einfach auf alle Produkte soweit hochgeladen. Ja, also ich habe es auch noch mehr erweitert. Ich hatte davor so eine Strategie, alle Bekleidungsstücke auf dem US-Markt zu aktivieren. Also außer Zipudi und Raglan-Shirt, also sieben Stück waren das meiner Meinung nach oder neun, ganz sicher. Und dann auf allen anderen Marktplätzen zusätzlich das Standard-Shirt. Und dort habe ich dann auch die anderen Produkte dann mit dazugenommen. Und mittlerweile bin ich bei 41, also in der Regel so um die 41 Produkte, die ich pro Design aktiviere. Was dann auch dazu geführt hat, das hatten wir irgendwann mal festgestellt. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber vor ein paar Monaten war es zumindest noch so, dass ich tatsächlich mit meinen, keine Ahnung, 3.000 Designs mehr Produkte online hatte als du. Mit deutlich, deutlich mehr Designs, ja. Ja, also ich müsste jetzt mal gucken. Also jetzt gerade, Stand jetzt bin ich bei 122.000 Produkten. Okay, also dann hat es sich schon gedreht. Also ich bin jetzt bei 82.000. Ja. Aber trotzdem im Verhältnis, weiß ich nicht, wie viele Designs hast du online? 14.400. Okay, ja gut. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber genau, also ich denke mal, das hat doch, war auch im Rückblick jetzt eher positiv. Also diese Änderung, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, bis auf, na gut, dazu kommen wir bestimmt noch mit den Auto-Uploads. Ja, genau, das habe ich auch noch mit drin. Aber es gab ja doch schon viele kritische Stimmen, die gesagt haben, okay, jetzt wird alles überflutet und es spielt gar keine Rolle mehr. So der ganze deutsche Markt wird von englischen Designs überflutet, wo ich ja damals auch schon ein Video gemacht hatte und das gesagt habe, dass ich nicht der Meinung bin, dass das passiert, weil die deutschen Kunden natürlich trotzdem eher lieber ein Shirt kaufen mit einem deutschen Spruch drauf. Also klar, verkaufen sich die englischsprachigen auch, aber vorrangig ja trotzdem die deutschen. Ja, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, weil mein Hauptmarktplatz, beziehungsweise der mit dem meisten Umsatz, ist immer noch Deutschland und ja, also alles, was da so gut läuft, also extrem gut läuft, ist vermehrt deutsch, aber ich habe auch, glaube, drei, vier Bestseller, die englisch sind. Also funktioniert genauso, ja. Okay, dann stelle ich hier schon mal den März ein. Ach so, nee, den April so. Aber im April gab es tatsächlich auch wieder keine News. Die nächste kam dann erst im Mai. Und zwar, wir erleben derzeit Verzögerung bei der Einrichtung von neuen Produkten. Und ich kann mich so grau an irgendwas erinnern, dass da was war, aber so richtig nicht mehr. Weißt du noch, was da das Problem war? Ich glaube, das hatte mit dieser Tierumstellung zu tun irgendwie. Und dann kam ja auch diese starke Drosselung der Upload-Zahlen, also das, was damit zusammenhängt. Stimmt, ja. Da wurde das ja extrem runtergenommen, aber ja, irgendwie ist das so ein bisschen aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ihr könnt übrigens immer gerne in die Kommentare schreiben, ja, wenn ihr zu irgendeinem Punkt irgendetwas mehr wisst als wir, dann klatscht das ruhig unter dieses Video. Aber ja, jetzt sind wir ja mittlerweile wieder bei neun. Prozent oder so? Wie viel sind wir? Ja, müsste sein, ja. Neun, zehn Prozent. Also ursprünglich waren es ja immer zehn Prozent. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon leicht drüber sind. Ich persönlich, auch das habe ich schon mal in dem Interview mit Talk on Demand gesagt, brauche diese Upload-Zahlen nicht. Also wenn man jetzt wirklich stark skaliert und hier, keine Ahnung, 15 Designer beschäftigt und wirklich hochballert, dann ja, okay. Wenn man das auf alle Produkte auswählt, dieses Design, und dann hochlädt, dann braucht man das vielleicht. Aber ich persönlich, ja, also man sieht es ja, mir würde auch locker die Hälfte dieser Upload-Slots reichen. Ich weiß nicht, inwiefern nutzt du das wirklich jeden Tag aus? Also dass man mal Tage hat, wo man rankommt, okay, aber dass man das wirklich jeden Tag ausnutzt, ist das bei dir der Fall? Ne, also ich glaube, so an ein, zwei Tagen im Monat schaffe ich quasi mein Upload-Limit. Ich glaube, das liegt derzeit bei 2.700. Okay, ja. Also wirklich selten. Eine Menge. Selten. Ja, also so viel Output habe ich nicht. Und du hast ja schon viel, ne? Ich glaube, so 800 Designs in der Woche oder so? Boah, ich glaube, 4,5 sind es. Achso. 4,5. Gut, irgendwie so in den Dreh. Obwohl, dann kommen ja jetzt noch, jetzt kommen dann ja noch die Handyhöhlen dazu, die kriege ich ja auch. Das sind Nummer 40. Naja, gut. Klecker. Ja, Klecker, komm. Okay. Ja, mein März sah so aus, also schon an die 800 Sales ran. Das war dann definitiv hier schon, man sieht es am US-Markt, Vatertag bedingt. Also da haben sich wirklich schon viele so Dad-Shirts besser verkauft, Best, Punkt, 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 Dad und wie auch immer. Und ein Kissen fing, glaube ich, an. Ich weiß nicht, ich hatte ja ein Rennerkissen, das war dann im Juni, das werden wir nachher auch noch sehen, das war tatsächlich im Juni mein bestverkauftes Produkt, also ein Kissen. Ich weiß gar nicht, ob das da schon anfing, aber wir können auch nochmal hoch, gucken uns hier nochmal den Mai an, in dem wir ja schon sind. Ich hoffe, das hat er jetzt. Wie gesagt, ich brauche unbedingt einen neuen, neuen Rechner hier. Oh ja doch, er lädt, er lädt. Aber wir schieben es einfach mal auf Pretty Merch. Ja, Pretty Merch ist ja auch nicht super schnell. Ah, okay, jetzt hat er neu geladen, perfekt. Perfekt. Naja, gut. Dann müssen wir das gleich nochmal machen. Ist auch nicht so wild. Wir gehen weiter in den Juni rein und da wird es wieder etwas, naja, wir gehen mal auf Spreadshirt kurz. Ich habe eine Spreadshirt-News, das habe ich tatsächlich mit drinne. Und zwar war das die Reise zu den Sternen mit der Spreadshirt Academy. Ich persönlich hatte zu diesem Zeitpunkt den Plan, auf Spreadshirt einzusteigen und zu sagen, okay, pass mal auf, das ist dann ein super Challenge. Jetzt, wo alle sagen, jetzt lohnt es sich wirklich nicht mehr, bei Spreadshirt einzusteigen, dann anzufangen. Was damit passiert ist, das wissen wir alle. Ich habe es dann doch nicht gemacht, aus Zeitgründen oder, ja, ich war einfach lazy, seien wir mal ehrlich. Du bist aber auf Spreadshirt ja schon aktiv, vorher ja auch gewesen. Ja, wie hast du diese Umstellung wahrgenommen? Hat sich irgendwas für dich verändert? Weil tendenziell würde man ja meinen, dass wenn es schwerer für die Einsteiger wird, dass es dann eben ein Vorteil ist für die, die schon drin sind und ja auch schon in einer höheren Tierstufe sind. Also irgendwie, was signifikant gemerkt, habe ich auf jeden Fall nicht, aber ich habe auf jeden Fall, trotz dessen, dass ich eigentlich immer mal wieder hochlade, regelmäßig doch eher einen Verkaufseinbruch zum Vorjahr. Okay. Also eigentlich so fast jeden Monat, immer mal ein paar Prozente. Also jetzt im Dezember? Auch, ja genau, zum Beispiel. Ach so. Über alle Monate hinweg quasi. Ich kann mal ganz kurz reinluschern. Ähm, ja so grob zwischen 18 und 32 Prozent Einbruch. Okay. Trotz dessen, dass ich da sich hochlade. Das ist aber schon jede Menge, ne? Ja, naja, es ist schon ein bisschen was. Keine Ahnung, ob ich zu sehr meine Listings optimiere auf MBA und dadurch quasi einfach was verliere auf Spreadshirt. Das kann natürlich sein. Ähm, ich kenne da auf jeden Fall einen, äh, äh, Tool-Entwickler, der, äh, hat mir seine Zahlen zukommen lassen, äh, und ich bin aus allen Wolken gefallen. Also der, äh, macht quasi, was ich bei MBA mache, äh, diesen Monat macht der bei Spreadshirt. Gefühlt sozusagen, also das ist schon ein Huf. Aber ist er, dann ist er aber auch schon seit, was weiß ich, wann dabei, oder? Ähm, ne, er hat gemeint, er hat sich, äh, letztes Jahr fokussiert auf Spreadshirt. Hat auch nur, weiß ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht 6.000 Designs oder so online. Also nur ist relativ, ne? Aber im Vergleich zu mir, ich bin bei Spreadshirt bei 12.500, äh, Designs. Und er quasi nochmal bei der Hälfte und hat irgendwie, weiß ich nicht, 3.000 Sales oder so jetzt gehabt. Ähm, ja, das ist schon, äh, heftig. Also vielleicht nicht 3.000 Sales, aber so 3.000 Euro Umsatz ist, äh, ja. Ja, na, also ich weiß ja zum Beispiel vom, äh, Christian Heidorn, der ja auch gesagt hatte, dass es bei ihm tendenziell sogar besser läuft. Beziehungsweise er jetzt wieder auf dem gleichen Niveau sozusagen angekommen ist, wie, äh, vor der Umstellung. Und dass bei ihm das vor allen Dingen durch diesen Selbstgestalten-Bereich, äh, tatsächlich passiert. Wo ich aber glaube, zu wissen, äh, dass diese Sales nicht, äh, zählen für dieses Tier-Up-System, ne? Also man könnte sich jetzt, glaube ich, nicht mal als Anfänger darauf konzentrieren, weil das, äh, nicht angerechnet wird. Oder? Weißt du das? Ne, weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass, äh, eine relativ neue YouTuberin im Bereich von, äh, Print-on-Demand hat sich versucht rauszukaufen. Also, äh, ja, wir können ja auch Namen nennen. Also das ist jetzt hier nicht so, äh, problematisch. Genau. Aber ich weiß nicht, ob sie das möchte. Ja, aber ich weiß, wovon die Problem hat. Ja, genau, genau. Und, äh, ja, das hat ja irgendwie nicht so funktioniert. Das ist natürlich schade, ne? Erstmal sich da so rauszukaufen, mit, äh, weiß ich nicht, 100 Produkten oder so. Genau. Also der Fehler war halt, dass sie eingeloggt war mit ihrem eigentlichen Account und es dann gekauft hat. Aber was ich tatsächlich auch echt eine Sauerei finde, ist, dass sie dann trotzdem noch nicht mal die Royalties gutgeschrieben bekommt. Ja. Also, dass die Sales nicht zählen, okay, das kann ich noch aus irgendeinem komischen Grund nachvollziehen, aber dann noch nicht mal dafür die Royalties zu bekommen, das finde ich echt ein bisschen, äh, krass, ja. Ja, das ist schon, äh. Sehr komische Sachen, ähm, ja, da verstehe ich manchmal Spreadshirt nicht, ähm, auch in Bezug darauf, wie sie dann eben ihre Content Creator, sind sie ja in dem Fall dann auch irgendwie behandeln, sage ich mal, ähm, ja. Naja, gut, aber so ist das. Ich, äh, hab das hier geschafft, ähm, er hat wieder geladen, ich hab mal den Produkte ausgemacht. Ich hoffe auch, dass unsere Bilder tatsächlich nicht zu sehr haken, falls das sein sollte, sorry, Leute, ähm, ich hab hier schon das beste Internet, aber ich möchte einfach nicht funktionieren. Wir gucken noch mal kurz rein, switchen hier um, süp, das sollte passen. Ich hoffe, ich hab auch alle Designs ausgeblendet. So, 871 waren das dann bei mir im Mai. Ähm, wie sah's bei dir aus? In Spanien. Ähm, naja, wir haben ja jetzt bei mir ein paar Sachen übersprungen. Ach so, ja. Wir sind ja jetzt schon im Mai, äh, also, ähm, das ist ja nicht schlimm, ich kann ja nachtragen. Ähm, März hab ich mich verdoppelt, also da war ich fast bei 4.000 Sales, aber da war das dann wirklich so, dass ich einen One-Hit-Wonder hatte auf dem, ähm, spanischen Markt. Ja. Der irgendwie so 40, 50 Mal über die Theke ging am Tag. Das ist schon, äh, nice, ja. Das war schon, äh, richtig krass, aber es war auch so der Monat, ähm, wo ich am, äh, Rechner saß und am meisten geschwitzt hab, glaube, weil wenn man auf einem fremden Markt was hochlädt, in einer fremden Sprache, also es ist ein Muttersprachler-Design, und das geht so durch die Decke, ich saß den ganzen Tag da und hab die ganze Zeit gegoogelt, diese Phrasen, hab ich gegoogelt, ob das irgendwo, irgendwo mal irgendwo erwähnt wurde, in irgendeinem Lied, irgendeinem Buch oder irgendwas. Ich dachte so, nee, das kann doch nicht sein. Also man kennt so eine, ähm, so einen Anstieg kennt man eigentlich nur von Leuten, die irgendwie in Grauzonen unterwegs sind oder sogar in, äh, Trademark-Bereichen. Und, ähm, nee, war wirklich safe, ist immer noch am Markt und, ähm, mittlerweile auch über 800 Kopien. Nett, ja, schön. Und, äh, jetzt hat sich das halt einfach so eingependelt. Aber hat er das, äh, mit dem Monat zu tun? Also, äh... Nee, 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 nee. Nee? Ach, okay. Also gehst du auch nicht davon aus, dass es jetzt in, äh, in diesem Jahr, also im nächsten Jahr dann quasi im gleichen Monat wieder so anzieht, oder? Also, äh, ich hab da gestern, äh, gestern Abend schon mit, äh, mit Chris drüber gesprochen und wenn das so sein sollte, dass das im März nochmal so hochknallt, äh, dann muss ich halt einfach nochmal googeln. Also dann, äh... Ich weiß nicht, es hat eigentlich meiner Meinung nach keinen Bezug zu irgendwelchen Events oder Sonstiges. Okay. Es ist wirklich ein reines Evergreen, äh, Family-Shirt. Ich weiß nicht, ich kann's mir nicht vorstellen. Außer es gibt halt in, irgendwie in Spanien, irgendwie irgendwelche, äh, Feiertage, die irgendwie nochmal so mega familiär sind, wo man sich quasi was beschenkt. Ja. Müsste ich nochmal gucken. Ja. Aber ist ja trotzdem nicht nice, ne? Äh, ist ja nice. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Ja, nimm mal auf jeden Fall mit, ja. Ja, dann sind wir im Juni angekommen, oder sind wir ja schon, aber Mitte Juni. Ich hab leider nicht mehr das Datum. Ich hab gestern gesucht in den Facebook-Gruppen, weil es gab ja auch von, äh, Merch bei Amazon, hat ja damit nichts zu tun, gab's ja keine Meldung. Ähm, im Advertising-Account kann man's jetzt auch nicht wirklich sehen. Ich hätte vielleicht gucken können, wann ich eine Anmeldung da gemacht hab oder die ersten Kampagnen erstellt. Wie auch immer. Aber so ungefähr Mitte Juni gab's eben die neuen Advertising-Accounts für, äh, T2000-Accounts und aufwärts. Das war ja so ein bisschen Flickenteppich. Das heißt, der eine hat's bekommen mit T2000, der andere mit T6000 hat's noch nicht bekommen. Da wusste man auch nicht so richtig, okay, wonach wird jetzt hier ausgewählt. Jetzt im Nachgang, ähm, lässt sich erkennen, okay, es hat einfach ein bisschen gebraucht. Das wurde dann ein Stück weit nachgeliefert. Also mittlerweile kenne ich jetzt keinen mehr, der in einem höheren Tier unterwegs ist, der keinen hat. Oder hast du davon gehört? Also am Anfang ja, aber jetzt mittlerweile? Nö, ich glaube mittlerweile hat jeder, der, äh, ein bisschen, ein bisschen unterwegs ist, also mindestens T100 oder so, hat eigentlich jetzt einen Advertising-Account, ja. Würde ich auch sagen, ja. Das war natürlich auch, äh, für meinen YouTube-Kanal so ein bisschen der, der nochmal so ein Kickstarter. Also das lief ja alles bis dahin schon, aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon meine Advertising-Videos gemacht, die dann natürlich einen riesigen Ansturm bekommen haben. Plötzlich waren, äh, alle Advertising-Videos, die vorher wirklich keine Nase interessiert hat, waren jetzt plötzlich die best, äh, äh, performenden Videos, äh, weil alle wissen wollten, okay, wie funktioniert das Ganze denn? Und auch hier gab es, ja, viele kritische Stimmen, die gesagt haben, okay, die Klickpreise werden enorm ansteigen, es wird sich gar nicht mehr lohnen, Werbung zu schalten. Auch dafür habe ich ja zig Videos gemacht, darüber gesprochen, warum ich das persönlich jetzt nicht so sehe, warum man sich aber trotzdem mit der Werbung auseinandersetzen sollte, warum man lernen muss, wie das Ganze funktioniert und dass es eben nicht einfach ist, ich setze eine Kampagne auf und meine Sales-Zahlen explodieren, das haben spätestens jetzt auch einige wahrscheinlich im Q4 gemerkt. Ähm, aber, ja, die Erfahrung muss dann natürlich trotzdem jeder sammeln. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es auch eine positive Entwicklung, also wenn alle einfach einen Werbeaccount haben oder zumindest ist es ja aktuell, das sehen wir auch nachher noch in der News, ab T500, glaube ich, kriegt jetzt jeder einen Werbeaccount so ungefähr, ne, also plus minus ein paar Wochen vielleicht, ist das, denke ich mal, eine ganz vernünftige Sache, oder? Also für Amazon ist es auf jeden Fall eine vernünftige Sache. Die machen dadurch natürlich sehr, sehr guten Umsatz. Ähm, ja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die, äh, die Leute, die einen neuen Advertising-Zugang bekommen haben, sehr viel experimentiert haben. Ich habe gestern auf eine, ähm, durch Zufall, wie gesagt, weil ich gestern Abend auch ein bisschen mit, ähm, mit Chris geschrieben habe, ähm, per Zufall, weil er mir einen Screenshot geschickt hat von einer Werbekampagne, dass zwischen Juni und November, ähm, quasi der Adspend und der A-Cost sowieso, ähm, einfach quasi zum, zum Erliegen gekommen ist. Ja. Dann habe ich mal geguckt in mein, äh, auf meinen deutschen Markt, da habe ich eine, ähm, eine Kampagne, wo eine einzelne Asen drin ist, also ein einzelnes Design, ein einzelnes Produkt und, ähm, die ist relativ gut gelaufen bis Juni, ich glaube, das weiß ich nicht, 280 Sales oder so, für, für eine einzelne, ähm, ähm, ist es auf jeden Fall in Ordnung, ähm, und jetzt so zwischen Juni und November quasi kaum Adspend gehabt und auch kaum Verkäufe, erst jetzt wieder im November, ähm, Dezember. Und da, äh, ja, hätte ich natürlich gegenhebeln können, indem ich die Bits noch weiter hochschraube, aber mal gucken, also eventuell, vielleicht kommt es so ein bisschen wieder so, dass die Leute jetzt nicht so übertreiben mit den Bitpreisen, dass man dann doch wieder, äh, normale Bits schalten kann und nicht bei 40, 50, 60 Cent landet. ja, man wird es sehen, auf, auf kurz oder lang, ob sich das, ob sich das wieder ein bisschen einpegelt. Also man sieht ja auch immer, äh, man sieht ja auch immer mal wieder so vereinzelte Fotos aus der Community beziehungsweise Screenshots, wo einfach der, äh, Adspend über den, äh, Umsatz liegt sozusagen, ne, also 300 Euro Spend und, äh, 80 Euro eingenommen, das ist dann halt schon, uff, das ist schon krass. Heftig, äh, heftig, ja. Ich meine, gut, viele sagen halt, okay, ja, das ist es mir irgendwie wert und sie wollen da jetzt rein investieren, ist ihnen egal, ob sie da ein bisschen Geld verbrennen. Äh, ja, meins wäre es jetzt auch nicht, aber es haben ja auch schon andere gesagt, dass durchaus die, die Kost per Klick schon angestiegen sind. viele, die sich auf den deutschen Markt fokussiert hatten, äh, wie ja auch der Jan von Road to T-Shirt Millionär haben gesagt, okay, irgendwie ist dieses Jahr so ein bisschen off, ne, was natürlich an vielen unterschiedlichen Faktoren liegen kann, wie viel lädt man da hoch, ähm, ja, wie viele sind da überhaupt vertreten, aber es lag sicherlich auch ein bisschen mit an den Advertising Accounts. Ähm, das hat dort reingespielt, denn wenn ich mir meine Zahlen angucke und das gilt eigentlich für alle Frittesmarktplätze plus aber auch DE und UK, man kann einfach sehen, im Juni kamen die Advertising Accounts und dann gingen halt auch die Saleszahlen nach oben. Ja, also gerade auf dem DE-Markt sieht man es ganz krass, dass wirklich in dem Monat, wo es losging mit den Advertising Accounts, bei mir dann auch die Sales deutlich angestiegen sind. So, und irgendwo wird ja dieser Kuchen zwar schon immer ein bisschen größer, aber ja nicht mit einem Mal plötzlich im Juni, nur weil alle Werbung schalten können, kaufen ja nicht plötzlich mehr Leute, von daher hat es sich eben dann wirklich einfach etwas mehr verteilt. Ich denke mal, das kann man schon so sagen. Ja, wie man hier auch sehen kann, also das war natürlich bei mir durch den US-Markt getrieben, aber hier diese 42 Sales zum Beispiel auf dem deutschen Markt, die ich hier im Juni hatte, das war vorher auch noch nicht so, da bin ich eher so bei, keine Ahnung, 10, 15 Sales im Monat rumgekleckert. Das war dann schon ein deutlicher Anstieg und ja, der Juni war dann bis zum, nee, bis zum November, richtig, bis zum November tatsächlich mein bester Monat überhaupt mit den knapp 1400 Sales. Ich meine, ich hatte auch 1400 und dann hat irgend so eine Nase noch schnell storniert. Na ja, den haben sie mir nicht mehr gegönnt, aber gut, sei es drum, lassen wir so. Ja, und dann sortiere ich hier nochmal nach Sales und, ah nee, doch, zweiter Stelle ist ein Kissen dann doch geworden, das war dann wohl nur eine Woche, wo das relativ weit vorne war, aber 75 Sales mit einem Kissen ist jetzt auch nicht so schlecht, knapp 350 Dollar. Das ging schon, ja, Haltvatertag und ein paar Trends, aber da sieht man mal, was das ausmachen kann, wie ja auch vielleicht bei dir auf dem spanischen Markt, wenn einmal so ein Ding gehypt wird, dann zerhaut es einem so ein bisschen diese normale Jahreskurve, also da hat man halt einen Monat, der so krass heraussticht und man darf sich nicht dazu verleiten lassen tatsächlich und da muss ich mich selber auch immer wieder dran erinnern, dass man diese, ich sag mal, Verkäufe dann in die Zukunft irgendwie interpretiert und sagt, okay, so läuft jetzt jeder Monat, ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Ja, dann, kann ich nur bestätigen, ich dachte im März, als ja dieses Design platziert wurde mit 30 bis 50 Verkäufen am Tag, ich dachte, okay, jetzt habe ich NBA durchgespielt. Ja, also ich dachte, okay, wenn es so weiter geht, es sind Evergreens, warum nicht, das geht jetzt bis zum Dezember so durch. Ja, naja gut, lassen wir so. Nächste News im Juni auch noch, Merch by Amazon führt die automatische Upload-Funktion ein, um ihre Reichweite auf Merch zu maximieren. Ich habe diese News übrigens immer ein bisschen gekürzt, also es war nicht der Originaltext, der da stand, aber nur damit der Inhalt dann rüberkommt. Ja, automatische Upload-Funktion, ich persönlich nutze sie bis zum heutigen Tag, also ich habe sie einmal angestellt, eigentlich nicht wieder ab, weil es ja auch relativ schnell klar war, dass jetzt zum Beispiel Rejections, die dadurch zustande kommen, nicht zulasten des Accounts gelegt werden und ja, ich sage mal, wenn mir Arbeit abgenommen wird und einfach mein Produkt auf zusätzliche Sachen bespielt wird, also mein Design auf zusätzliche Produkte auf anderen Marktplätzen, sage ich erstmal nicht nein. Ich habe schon am Anfang ein bisschen bezweifelt, was für einen Sinn das haben soll, ein deutsches Design zum Beispiel auf den japanischen Markt zu bringen, nur das Listing übersetzt. Man hat gesehen, dass sich sowas auch durchaus verkaufen kann, ja, ein, zwei Mal, also ich glaube, da ist jetzt keiner dabei, wo das der Riesenrenner geworden ist, aber hey, Kleinvieh macht auch Mist, also ich weiß nicht, hast du die Funktion an oder nutzt du sie nicht? Ja, ich habe die Funktion an, also ich war auch, als diese News kam, fand ich die eigentlich sehr gut, gerade, weil ich da auch in dem Moment geswitcht hatte oder beziehungsweise auch so ein bisschen in den Fokus gerutscht bin von US-Markt und dann hast du natürlich den Vorteil, wenn von da über die ganzen Marktplätze geschoben wird, dann hast du halt die englischsprachigen Sachen überall und die laufen ja auch, also die können sich verkaufen überall, besser als jetzt ein französisches Design, wenn man den Vergleich jetzt sieht in alle anderen Länder. Natürlich ist dadurch, dass ich vorher die ganze Zeit meinen Hauptfokus auf Deutschland hatte, sind jetzt gefühlt, ja, an die 9000 deutschen Designs in alle Länder gelandet, was halt... Wesentlich im Erfolg. Ja, mit eigentlich kaum Erfolg. Ich glaube, es sind vielleicht, wenn es hochkommt, auf Japan drei deutsche Verkäufe und ich glaube, eins in Italien oder Spanien, irgendwie so in dem Dreh. also ist jetzt nicht so mega die Rede wert. Dadurch ist jetzt natürlich auch mein Produktvolumen extrem angestiegen, weil, ja, meine Only.de-Shirts sind jetzt quasi überall mit auch jetzt, diese Upload-Funktion ist ja auch noch, dass wenn du nur das T-Shirt aktiviert hast, dass dann noch die anderen Sachen mit aktiviert werden, außer Hoodies, Popsockets und so weiter, Handyhüllen, weil du müsstest dafür einmal das PND quasi genau hinterlegt haben. Das wäre eigentlich noch eine coole Funktion, wenn das Amazon auch noch übernehmen würde, aber mal abwarten. Mal abwarten. Ja, wobei da dann wieder die Gefahr ist, dass du hier dieses Das ist mein Garten-T-Shirt plötzlich auf einem Pock schockiert hast. Also gibt es auch, ich weiß gar nicht, letztens hatte jemand in einer Facebook-Gruppe gepostet, ich glaube, das war Merch Momentum oder so, wo das halt auf einem Buchcover gelandet ist, also einfach auf KDV überspielt ich weiß gar nicht, war das so ein Schlaf-Shirt oder so, irgendwie sowas? Das ist mein Schlaf-Shirt. Ich glaube, ja, Pajama, Pajama-Shirt. Ja, ja, auf einem KDP-Notizbuch, ja. Naja, gut, aber ansonsten denke ich mal, ist eine dufte Sache, nehmen wir mit. So, nächste, sind wir im Juli, ab heute wählen wir eine Option zur Übersetzung von Produktinformationen in den Merch bei Amazon unterstützten Sprachen an. So, schwieriger Text. Ja, also quasi nochmal das Pendant dazu, Autotranslation. Auch hier wieder etwas, wo ich am Anfang sehr skeptisch war, die ich nicht direkt genutzt habe, weil ich mir dachte, okay, ich habe vorher mit Deepo übersetzt und das habe ich für eine qualitativ hochwertigere Übersetzung gehalten und du warst es tatsächlich, der mich so ein bisschen dazu gebracht hat, das war im Interview mit Ambrosius, glaube ich, wo du gemeint hast, okay, vielleicht sollte man das doch mal probieren, weil eben diese Übersetzung, auch wenn sie sich vielleicht nicht so schön anhört, aber für den Amazon-Algorithmus eben besser ist und weil es eben ihre eigene, ja, Technologie-Übersetzung ist, dass sie das irgendwie präferieren. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, sage ich mal, aber es läuft halt auch nicht schlechter und hier ist wieder der Punkt, es nimmt mir irgendwie Arbeit ab, zum Teil ja auch Kosten, durchs Deepo-Abo, was ich jetzt nicht mehr habe, ja. Von daher nutze ich diese Funktion tatsächlich auch, also ich schreibe nur das englische Listing, lasse alle anderen tatsächlich komplett von der Auto-Translation übersetzen. Und man hat natürlich noch den Vorteil, dass wenn du deine Rejection kassierst, dass das ja auch nicht auf dich zurückkommt. Ja, ja. Das hast du ja bei Deepo eben nicht. Genau. Und wenn du bei Deepo übersetzt, dann musst du selbst schauen, dass die übersetzten Sachen für den Rejection-Bot okay sind. Ja. Also genau, also diesen Sicherheitsaspekt hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber das ist natürlich auch noch ein großer Punkt, ja, dass man jetzt wirklich nur noch für ein einziges Listing verantwortlich ist, also dieses Überprüfen wird halt super viel einfacher. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist wieder beim erneuten Bearbeiten, was mich jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass ich eigentlich gar kein altes Listing mehr anfasse, also gar keine alten Produkte. Das spielt mir auch so ein bisschen in die Karten, dass ich eine einheitliche Preisstrategie habe, also die Preise wirklich beim Upload einmal setze, die werden auch nicht verändert, egal wie oft es sich verkauft, weil ich da jetzt doch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, wenn man selbst diese Auto übersetzten Sachen anfasst und da minimal was ändert, also man braucht ja nur ein Leerzeichen einfügen oder so und es dann wieder in den Upload-Prozess oder Review-Prozess schickt, dann ist man halt selber wieder dafür verantwortlich, dass das stimmt, was da steht. Wenn ich in so ein Listing reingehe und sehe, dass das ein Auto-Translate ist, dann drücke ich einfach wieder den Knopf Auto-Translate. Okay, das geht also? Ja, das geht, genau. Aber dann übersetzt das wieder neu, wie ist das? Also er macht dann quasi nochmal ein komplett neues eigentlich, oder? Er übersetzt das Design, Also ich würde sagen, dass er dann wieder das Englische nennt und nochmal neu macht? Genau, aber die Asen und die Bewertungen auf die anderen Märkten und so weiter bleibt, BSR genauso, also da ändert sich nichts. Ja, ja, okay. Außer, dass es halt nochmal in den Translate rutscht. Ja. Ja, so sah mein Juli aus schon wieder deutlich schwächer, also ich möchte mich nicht beschweren, waren immer noch knapp 800 Sales, aber da war dann halt Vatertag vorbei, da war dann auch irgendwie klar, okay, das war halt, ja, nur dieser Monat, nichtsdestotrotz eine deutliche Steigerung zu sehen, also wenn man das immer noch mit dem Januar vergleicht, wo wir irgendwo da bei 320 Sales oder so gestartet sind, war das schon ganz vernünftig. Wie gesagt, hier dann ja schon im, na, T20.000 bei mir und hier ging dann so diese Christmas in July Zeit los, wo ich ja auch einige Videos erstellt habe, wo sich dann tatsächlich da auch ein paar Verkäufe gefunden haben zu diesem Thema. Hattest du dazu irgendwann mal was gemacht? Christmas in July? Nee, ich wusste oder ich, also bis zu deinem Video wusste ich nicht, dass es sowas gibt und, äh, wieder was gelernt. Ja, ja, und, äh, aber, aber gemacht dazu, aber gemacht dazu habe ich jetzt nichts, also, okay, weiß nicht, wie, 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 wie kommt das überhaupt zustande? Also, ich, dieser, dieser Trend, das ist einfach nur, weil es die Jahreshälfte ist, bis Weihnachten, oder? Ja, das, nee, das hatte ich, im Prinzip ist es durch die unterschiedlichen Globus-Hälften, dass sie halt irgendwie gesagt haben, ähm, auf der, auf der südlichen Hemisphäre feiern sie ja im Prinzip, also Weihnachten ist ja trotzdem am gleichen Tag, aber dort ist es ja im Prinzip Sommer, so, und dann wollten sie das quasi irgendwie umdrehen und haben gesagt, okay, wir wollen genauso mal Weihnachten feiern, quasi, äh, die einen im Winter und die anderen im Sommer quasi so geswitcht und deswegen hat man irgendwie Christmas in July gefühlt, irgendwie so, aus dieser Idee heraus ist das entstanden, ähm, genau. Ja, so sah das da aus, äh, dann sind wir ja im Oktober, äh, im Oktober, ich bin schon völlig fertig, im August, Produktvortlagen sind jetzt auch auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch verfügbar, wieder eine Knallernachricht von der Oma, ähm, ja, war jetzt, glaube ich, nicht der Rede wert, ich weiß nicht, hast du, doch, du hast schon mal so etwas runtergeladen und zwar für dein Tutorial für die Kissen, richtig? So eine Produktvortlage. Genau. Da kann ich mich nämlich auch noch erinnern, ansonsten, ich habe es, glaube ich, mal für die Handyhüllen irgendwann mal runtergeladen, aber ansonsten habe ich die, ehrlich gesagt, noch nie benutzt. Ich bin gerade überlegen, ob das die Produktvorlagen, meinst du, das sind die Produktvorlagen, die man so in Photoshop lädt? Meinen die damit nicht diese, dass du das hinterlegen kannst in diesem, äh, Create-Bereich abspeichern kannst, deine, äh, Settings, Farben und Preise? Ich glaube, das ist doch damit gemeint gewesen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es schon sind diese Produktvorlagen, ja. Echt, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt gesagt. Aber, dann ist es so, dass du wahrscheinlich Merch bei Amazon auf quasi Deutsch stellen musst oder auf, auf, auf Japanisch und dann in diese Produktvorlagen gehst und sie dann runterlädst, dann sind sie, glaube ich, in einer anderen Sprache. Ja, das könnte eben sein. Ja, das könnte sein, ja. Gut, ich habe halt das, ja, Englisch, immer auf Englisch alles stehen. Ja, habe ich auch, aber, genau, aber wie gesagt, ich habe sonst auch nie diese Produktvorlagen runtergeladen, ja. Naja. Ja, August, auch ungefähr gleich auf bei mir mit dem Vormonat. Da hat sich also nicht so viel getan. Generell lief so die, ja, so die Mitte des Jahres relativ konstant. Wie war das bei dir? Also rein von den Sales her, da gab es jetzt keinen riesigen Knick nach unten irgendwie, so wie ich das eigentlich aus dem letzten Jahr gewohnt war, aber ging auch nicht nach oben. Also es, ja, war so relativ gleichbleibend irgendwie die Verkäufe. Ja, also, leider Gottes, dieses Jahr war sehr monoton, also es war quasi immer auf einer Linie, jeder Monat. Es gab natürlich den Ausreise auf dem, an März, mit dem spanischen Markt und einen leichten Aufstieg im Mai, wegen Vatertag und der Rest war eigentlich immer auf dem, so auf dem selben Niveau. Also grob kann man sagen, so durchschnitt, also jahresdurchschnittliche Sales waren so bei 2500. Ja. Ja. Nett, nett, nehmen wir mit. Mitte August, neue Advertising-Zugänge ab T500, darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen, also das war dann so die zweite Welle. Glaubst du, sie gehen nochmal ein Stück runter oder dass das jetzt so die Grenze ist, dass du es halt erstmal bis T500 schaffen musst und dann kriegst du halt auch einen Werbezugang? Ich glaube, auf kurz oder lang wird einfach jeder, der in das Merch bei Amazon-Programm einsteigt, direkt in einen Ads-Account bekommen. Also so ähnlich wie bei KDP. Also auf TC. Ich glaube, bei KDP hast du ja auch gleich den Ads-Account. Okay. Glaubst du, dass sie an diesem generellen Tier-System, also gerade in den unteren Stufen, nochmal was machen werden? Also dass es entweder schwieriger wird oder vielleicht einfacher, dass sie irgendwann sagen, okay, du startest jetzt eh immer direkt mit T500? Ich glaube, das kann man offen lassen. Also klar, es gibt zum einen, eventuell machen sie das quasi, dass du direkt mit T100 startest. Zum anderen kann ich aber auch sagen, jetzt mit T10, du hast ja nicht nur 10 Produkte online. Also du kannst ja durch, dadurch, dass jetzt 10 Designs sind, kannst du halt auf allen Märkten alle Produkte anschmeißen pro ein Design. Also da hast du schon nochmal die Chance, auch nur mit 10 Designs Sales zu machen. Ich denke auch. Also es ist auch durchaus noch möglich und auch falls die Frage kommt, ja, Merch bei Amazon lohnt sich immer noch 2022. kommt mit an Bord. So, September, anstelle von Standard-Listenpreisen für Merch verwenden automatische Uploads jetzt die vorgeschlagenen Listenpreise aus ihren benutzerdefinierten Veröffentlichungseinstellungen. Was sind das für Worte, um Himmels Willen? Das war auch ganz okay, war jetzt nicht die Bomben News, aber zumindest ganz sinnvoll, dass man jetzt einfach das Ganze abspeichert auf seinen individuellen Preisen und das Ganze nicht eben hochgeladen wird auf dem Standardpreis und man muss es im Nachhinein nochmal verändern. Auch wenn jetzt das natürlich nur eine Hoffnung ist, dass sich davon von den Auto-Uploads irgendwas verkauft, aber so hat man zumindest seine einheitlichen Preise. Also zumindest, wenn man so einen Startpreis hat oder generell einen Preis, auf dem man bleiben will, ist das, denke ich mal, sehr sinnvoll. Also mir hat das doch geholfen, ja, und auch wieder ein bisschen Arbeit erspart. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einfach alles auf meine Standardpreise gesetzt, weiß ich nicht, Raglan und so, alles auf 25 Euro, Hoodies gleich bei 40 Euro und ja, dann brauche ich die Preise da auch nicht mehr anfassen. Also wenn dann mal doch ein Sale kommt, dann passt das gleich vom Preis her und gut ist, ja. Ja. Denke auch. Also es war das Jahr der Arbeitsersparnis hier. Merch bei Amazon kündigt die Einführung von Print-on-Demand-Handyhöhlen für ausgewählte iPhone und Samsung Galaxy-Modelle in Japan an. Jo, okay. Das war so ähnlich wie die Sip-Hoodies. Ich würde sagen, man hatte etwas die Hoffnung, dass natürlich in diesem asiatischen Raum sowieso sehr viele Handys benutzt werden. Da hat ja durchschnittlich, keine Ahnung, jeder Mensch, 3,8 Handys oder so. Ob das jetzt nun alles iPhones sind, wage ich zu bezweifeln, aber man hatte zumindest die Hoffnung, dass das da ganz gut geht. Ich persönlich habe noch keine iPhone-Höhle gekauft, wie du vorhin gesagt hast, hast du auch noch nichts anderes außer Standard-T-Shirts da verkauft. Von daher können wir jetzt nicht mitreden. Auch wieder gerne, wenn von euch jemand dabei ist und keine Ahnung, 5000 Handy-Höhlen nach Japan jeden Monat verkauft, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ja, und dann springen wir direkt mal in eine der letzten News hier rein, wenn er den laden möchte. Derzeit kommt es zu Verzögerungen bei Merch bei Amazon-Handy-Höhlen, da sind wir wieder bei den Handy-Höhlen und die werden nicht mehr auf den Produktdetailseiten zum Verkauf angeboten. Ja, das war wahrscheinlich die traurigste Nachricht des Jahres, dass einfach die Handy-Höhlen für das gesamte Q4, das wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, aber schlichtweg gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Haben wir ja schon vorher kurz drüber gesprochen. Ja, mir tut es halt immer leid für die Leute, die sich wirklich auch darauf konzentriert, spezialisiert hatten, weil denen natürlich irgendwie so ein bisschen in das Q4 jetzt wirklich flöten gegangen ist und man ja auch heute noch nicht weiß, ja, wann gibt es die wieder? Im Januar, im Februar oder keine Ahnung, kommen die gar nicht mehr. Das ist halt so ein bisschen offen. Wie viele Handy-Höhlen hattest du davor? Noch nicht viele, ne? Nee, nee, nee. Ich habe viel zu spät angefangen und ich habe erst jetzt quasi angefangen, als die Handy-Höhen nicht mehr erreichbar waren und ja. Aber gut, ist natürlich eine schöne Sache, dass im Vormonat oder im Vervormonat Amazon die Handy-Höhen in Japan anbietet. Da haben vielleicht dann nochmal viele einfach nochmal den Fokus auch vielleicht nochmal geswitcht, haben nochmal mehr Handy-Höhen rausgebracht, auch in Kombination mit der Auto-Translation von US aus zu Japan, haben quasi eventuell da voll viel Zeit reingesteckt und dann quasi jetzt zur heißesten Phase im Jahr gibt es die einfach nicht. Und das ist halt schon, da hätte ich dann vielleicht doch lieber die Polster im europäischen Markt gesehen. Das hätte vielleicht besser geklappt. Die Kissen, ja. Ja, richtig. Also generell, Handy-Höhen und Kissen auch so Popstocks gibt es ja schon, aber die auf den europäischen Märkten, denke ich mal, ist noch eine ganz coole Geschichte. Ich kann auch mal kurz so zusammenfassend hier einblenden meinen Verlauf dann vom Q4. Den Dezember lasse ich einfach mal aus taktischen Gründen aus hier. Den ist jetzt quasi bis zum November und da sieht man schon, okay, also September, hier gab es eigentlich immer einen deutlichen Anstieg hin zum Oktober auch schon, obwohl der jetzt noch nicht so riesig der Sprung war und dann aber hin zum November sieht man schon ganz klar ein Q4, auch wenn es natürlich am Anfang immer so aussieht, okay, jetzt ist schon 1. Oktober, aber nichts passiert, keine Sales-Zahlen explodieren. Das wurde ja auch schon im Vorfeld in diversen Stellen besprochen, dass es halt eigentlich erst mit dem Black Friday losgeht. Meiner Meinung nach bei mir jetzt schon ein bisschen früher tatsächlich, also es war irgendwie eine flachere Kurve dieses Jahr vom Anstieg her, aber dafür hat sie sich halt länger hingezogen, was finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht war. Ja, wie das Q4 insgesamt so für uns war, das haben wir ja schon am Anfang gesagt und deswegen würde ich jetzt ganz gerne nochmal darüber sprechen, wie denn die Zukunft vielleicht aussieht, nochmal darüber etwas philosophieren, das heißt, auf das nächste Jahr bezogen. Ja, was denkst du? Also oder generell vielleicht nochmal ein Resümee, wie warst du mit diesem Jahr insgesamt zufrieden, also nicht nur mit dem Q4, sondern mit dem Jahr und wie siehst du jetzt 2022? Also nochmal reflektiert zu diesem Jahr, zum einen war das ja so, dass ich dieses Jahr eine viermonatige Pause gemacht habe, einfach ausgebrannt, überarbeitet, wie auch immer, wegen quasi letztem Jahr, habe ich auch schon öfters, genau, genau. Das war genau da, wo es quasi im März auf Spanien so gut lief, da habe ich mich dann quasi beschäftigt mit meinem Shopify und so und ja, das ging ja dann doch relativ schnell zu Brüche, dass ich da viele Retouren hatte und ja, Klärungen und so weiter und ja, reflektierend dann halt einfach gesagt, diese vier Monate Pause hat man dann halt auch einfach gemerkt, also dass man da jetzt nichts für NBA großartig gemacht hat, hat mich da ein bisschen gekillt in dem Sinne und genau so was, was ja auch immer wieder zum Schmunzeln, zum Schmunzeln bringt die Leute zweimal meinen kompletten Ads-Account resettet sozusagen und das war, denke ich auch, nicht so schlau, aber ich habe halt einfach, also der, ja, man muss halt einfach gucken, wie man sich einig wird mit seinem Ads-Account, gerade wenn man quasi eine Menge Designs hat, was man da für Strategien fährt, also wenn man jetzt, weiß ich nicht, T10, T100 ist, dann kann ich wahrscheinlich auch sehr gut einfach Ads schalten, wo quasi jede einzelne Kampagne eine einzelne Asien ist, da kann ich, schaffe ich es eigentlich noch den Überblick zu behalten, wobei gefühlt 12.000 Designs oder es gibt da Leute, die noch bei weitem mehr Designs haben, du kannst nicht einfach alles in eine einzelne Kampagne mit einer Asien reinschalten und das war halt der zweite Fehler, den ich gemacht habe, als ich das erste Mal alles zurückgesetzt habe, war einfach, weil ich, keine Ahnung, unzufrieden war mit meiner Struktur, mit meinem Portfolio, alles sehr, sehr kunterbunt gemischt und statt quasi das zu nutzen und alles neu zu strukturieren, habe ich einfach alles, okay, alles gekehlt, neu aufgebaut und bei diesem Neuaufbauen habe ich mir gedacht, so, okay, die gängige Strategie ist, mache Lotteriekampagnen, schalte, mache einfach nischenbedingte Kampagnen und gut ist, dann läuft's, da dachte ich mir, okay, ich mache mal was komplett anderes und habe mich da einfach ein bisschen verbrannt in dem Sinne, dass ich gesagt habe, dass ich wirklich auch mit der ganzen Masse an Designs zu jedem Design einzelne Kampagnen laufen lassen habe, dann mit einer Automation in dem Sinne Bittix gesagt habe, dass jede einzelne Kampagne, die nicht innerhalb von sieben Tagen hundert Impressionen gesammelt hat plus vier Cent geht Ich erinnere mich dran, ja. Das war schon Monate und Wochen, wo der Adsband echt krass nach oben gegangen ist und gerade weil das ja auch alles neue Kampagnen waren, haben die auch sozusagen keine Daten gehabt und spielen erstmal komplett überall aus, dann hast du natürlich auch noch das Problem gehabt, dass ich auch bei, ich glaube, was so mega teuer wird, obwohl du noch relativ billig bist, ich weiß nicht, Ergänzungen oder so, irgendwas. Ja, ja. Genau, genau, genau und ja, wenn du da jedes Mal vier Cent draufknallst, dann wirst du gefühlt für alle Asens auf NBA ausgespielt sozusagen und ja, das war dann halt, da habe ich dann schnell zurückgerudert, da habe ich dann auch quasi in unserem Mastermind immer mal wieder drüber gesprochen, bis ich dann schlussendlich gesagt habe, okay, wisst ihr was, dann leck mich jetzt und habe wieder alles gekillt, wieder alles gekillt, weil ich hätte ja daraus, also aus diesen einzelnen Kampagnen mit einzelnen Asens, hätte ich auch, also wie hätte ich das retten sollen, also ich hätte dann jeder einzelne zu einem Portfolio schieben müssen und dann mit höchstens zu gut laufen dann ja, genau, 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 ja und dann habe ich einfach wieder alles runtergefahren und ich glaube im Oktober, Anfang Oktober habe ich quasi neu gestartet und da habe ich dann ein bisschen mit Chris gesprochen und auch mit dir, also wie gesagt in unserem Mastermind und habe dann einfach angefangen mit Portfolios und nischenbasierenden Adgroups zu arbeiten und ich muss sagen, es läuft jetzt zu Q4 okay, aber viel zu wenig Spend, also das ist halt immer so ein Ding, was ich halt für mich sage, da könnte ich bei weitem mehr raushauen, ich glaube, ich bin jetzt bei, also ich darf ja schon mal spoilern, du willst ja deinen Dezember nicht spoilern. Ja, habe ich auch schon halb gemacht, aber ist ja egal, ist nicht so wichtig. Ja, ich bin jetzt, ich stand jetzt 17.12. um 11 Uhr bei knapp, ich glaube 15.000 ja 15.000 und habe ein Spend von 3.000. Also ich hätte, ehrlich, ich hätte lieber, weiß ich nicht, 8.000 Spend und natürlich mehr, mehr, mehr Umsatz, aber da muss ich dann halt einfach nächstes Jahr rangehen und einfach immer mehr Ads-Kampagnen schalten, immer mehr probieren und... Ja, also tatsächlich habe ich mehr Ads-Spend als du, ja, also ich bin jetzt so bei 4.5, 4.5 an Ads-Spend, glaube ich und so 9,5 oder so an Umsatz. Also es ist ungefähr die Hälfte, jetzt die zweite Dezemberhälfte wird es noch ein bisschen ins Positive rücken, also dass ich mehr Profit habe, also dass es insgesamt dann ein bisschen weniger wird, weil ich jetzt natürlich überall die Erwerbung schon gedrosselt habe, aber ja, 3.000 auf 15.000 Umsatz ist natürlich schon relativ wenig, was halt nicht schlecht sein muss, also ich meine, auch mit dem Maße mehr Profit, also es ist ja jetzt worüber reden wir, ist ja eigentlich gut. Okay, also du möchtest die Werbung noch ein bisschen verfeinern nächstes Jahr. Genau, genau, werde ich auf jeden Fall angehen, jetzt habe ich quasi auch gedrosselt, da habe ich dann auch quasi dein Video mir ein bisschen zu Herzen genommen, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht nicht eins von den vielen, jetzt das Aktuellste mit den Ads, wo du gesagt hast, warum die Ads ausschalten, vielleicht mal eine andere Strategie probieren, dann habe ich einfach mit meinem Tool BittX, das ist halt einfach nur ein Klick, einfach alle Bits, zumindest jetzt auf US und Italien, um 65% runtergeschraubt und ja, es läuft, es kommt trotzdem noch Sales durch die Ads, und obwohl halt auch die Lieferzeiten drüber sind und ja, warum nicht einfach mitnehmen, ein bisschen Platzierung mitnehmen für Januar, vielleicht ist es eine coole Strategie, mal gucken, ob es sich auszahlt. Okay, perfekt. Ja, sonst irgendwelche größeren Pläne für das nächste Jahr? Genau, nächstes Jahr ist geplant KDP, weil auch hier nochmal Resümee zu 2021, zu viel liegen gelassen, ich habe Anfang des Jahres im Februar, März, habe ich quasi vier Malbücher gestartet in verschiedensten Bereichen. Das lief auch ziemlich gut bei dir, ne? Genau, einmal so, ich glaube, zwei oder drei Malbücher so in der Rubrik Kinder und ein Adult, ein für Erwachsene Malbuch, Hentai, weil es war einfach nur, nee, es war einfach nur ein Test, um zu sehen, ob denn Erwachsene auch malen, sozusagen, also wie groß ist die Nachfrage, also ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie in meinem Alter oder Älter sich hinsetzt und Malbücher ausmalt, sozusagen, aber die Nachfrage ist auf jeden Fall da und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mit diesen vier Büchern bin ich jetzt, glaube ich, bei KDP gelandet im Dezember bei einem Umsatz von 300 Euro und das ist für vier Bücher. Ist nicht schlecht, ja. Also ist voll, vollkommen in Ordnung. Natürlich ist noch mal mehr drin, wenn du jetzt so vier Content-Bücher hättest, ne? Aber ich denke mal, dass man da einen, ja, einen positiven Mittelweg findet, wenn man sagt, man macht jetzt nicht irgendwie Notizbücher und knallt hoch, was geht, weil es kann ja auch doch mal nach hinten losgehen. Ja, ja. Wie man gesehen hat. Ja, wie man gesehen hat und auch heute schon wieder gelesen hat, heute, brandaktuell. Ach so? In der, ja, ja. Du hast schon mehr gelesen wieder. Ich erzähle, was ist los? Ich glaube, auch in der Gruppe von Jan hat, glaube ich, heute Morgen jemand geschrieben, dass sein KDP-Account zum zweiten Mal gesperrt wurde, kurz nachdem die erste Sperrung war. Aber ich glaube, er hat dann auch geschrieben gehabt, zwei Stunden später oder so, hat sich KDP von sich aus gemeldet und hat den Account wieder freigeschaltet. Ja, es ist halt kritisch. Aber kann passieren. Ja, gut. Ja, 40.000 Notizbücher oder so hat er oben im deutschen Bereich. Ja, also genau. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall angepeilt, weiter in diese hochwertigen Low-Content zu gehen, weil ich doch sehe, dass es auf jeden Fall Potenzial hat. Da machen die Ads auch meiner Meinung nach mehr Sinn, dass die quasi miteinander spielen. Also die vier Bücher haben einzelne Ad-Kampagnen laufen mit ihren korrespondierenden, irgendwie so, manuellen Kampagnen. Und es läuft halt echt gut, gerade wenn man halt dann so Automationen hat wie Merger, BDX und so, dann muss man halt einfach nicht drauf gucken. Man lässt es halt laufen. Die sind alle aufeinander abgestimmt und da funktioniert es dann halt besser, als wenn man jetzt das mit, weiß ich nicht, mit 20.000 Kampagnen laufen hat. Ja. So ist meine Erfahrung jetzt bei KDP. Dann wird noch angegangen nächstes Jahr Etsy, was ja jetzt schon aktuell... Wollte ich gerade sagen. Das könnt ihr übrigens auf dem Kanal von Paddy auschecken. Der macht jetzt schon fleißig Videos dazu, wie man Etsy-Shop zum Beispiel aufsetzt, habe ich letztens gesehen. Genau, genau. Ich hatte ja schon mal Etsy in der Vergangenheit aufgesetzt, aber da habe ich das dann halt in US gemacht. Und da ist dann immer so, es ist halt eine kritische Frage mit dem, wie ist es mit den Steuern und so. Da muss dann jeder für sich das klären mit seinem Finanzamt und mit seinem Steuerberater. Denn im Grunde bist du ja Händler und du kaufst Ware ein im Ausland und verkaufst sie im Ausland. Na, also muss man halt gucken. Jetzt habe ich mich halt entschieden, Etsy zu probieren in Rhein-Deutschland, wo auch der Versand nur innerhalb Deutschlands stattfindet. Ja. Und während ich den Shop aufgebaut habe, kamen dann so schon Sales. Gestern kam auch schon wieder der nächste Sale. Okay, es funktioniert. Die Nachfrage ist da. Der Markt ist vielleicht noch klein, aber ich habe da einfach ein bisschen gemunkelt und spekuliert. Zum einen, glaube ich, war das der Podcast auch mit Ambrosius und Daniel Geiswinkler, glaube ich, dass der da irgendwas mit Etsy am Laufen hat. Deswegen bin ich das Ganze nochmal angegangen. Und der nächste Punkt, den ich auch gesehen habe, war die Etsy-Aktie. Wie die quasi den Stepper macht von Amazon to the Moon. Und da denke ich mir, okay, da wird wahrscheinlich für die Zukunft auch Potenzial drin sein. Und warum das Ganze nicht mitnehmen? Und dann habe ich quasi meinen Shopify-Store. Muss ich da immer nachkaufen hier. Mein Shopify-Store quasi umgemodelt auf den Etsy-Store, weil du hast ja da auch zum einen wie bei Amazon einen Marktplatz, das heißt organischer Traffic. Dann, was mich wirklich von den Socken gehauen hat, ist, ich habe den Shop geöffnet. Und nach sieben Tagen habe ich einfach nur, weil es mich interessiert hat, bei Google Shopping und bei Google Bilder Phrasen eingegeben, beziehungsweise Suchbegriffe zu den Produkten, die ich quasi da veröffentlicht habe. Und die sind auf der ersten Seite. Und da denke ich mir, das ist ja schon In der kurzen Zeit ist es schon sehr nice, ja. Und das ist echt, echt cool, wie stark organisch Etsy da auf Google unterwegs ist. Dann der nächste positive Faktor, von dem wusste ich überhaupt nichts. Das hat mir Ambrosius erst gesagt vor zwei Tagen, dass Etsy ein Programm hat, wo sie für dich Werbung schalten auf Facebook, Instagram und so weiter, Pinterest. Das heißt quasi Off-Site-Ads. Da setzen sich dann irgendwelche Mitarbeiter von Etsy hin und bewerben quasi deine Produkte. Und du zahlst dafür halt keine Werbekosten. Du zahlst immer dann erst 10% von deinem Produkt, wenn sich das verkauft, durch diese Off-Site-Werbung. Das heißt, du hast die ganze Zeit gar keinen Ad-Spend. Genau, nur für die Conversion. Und das ist halt nicht schlecht. Klar sind 10% von deinem Artikel, kann schon eine Menge werden. Aber es ist ja nicht 10% von der Marge wahrscheinlich, sondern 10% vom Verkaufspreis. Genau, vom Verkaufspreis. Aber dafür wiederum, man muss sich nicht beschäftigen mit Google Shopping-Ads, nicht mit Facebook-Ads und Instagram. Das machen quasi die Leute für dich im Hintergrund. Und wenn du dann halt wächst, jetzt wie die Aktie auf Etsy, ich glaube, da hat man auch ganz gutes Potenzial. Weil ich glaube, wenn man jetzt draußen auf die Straße geht, 10 Leute fragt, kennst du Etsy? Ich würde sagen, sogar alle 10 würden sagen, nee, kenn ich nicht. Also ist noch komplett unterm Radar. Das ist unbekannt, ja. Genau, und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Also wenn ich jetzt schon Sales generiere für Only.de, ja, warum nicht? Also das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und genau, also Etsy, KDP und halt NBA weiterhin bespielen. Bei NBA jedoch, dass ich mir einen Illustrator jetzt nochmal in mein Board geholt habe für hochwertige Sachen. Ja. Wo ich dann, der mir das dann halt einfach abnimmt, so Sachen, die ich jetzt zum Beispiel selber gezeichnet habe oder hätte. Weil ich einfach dafür kaum Zeit habe, mich hinzusetzen. Das mache ich dann meist, wenn ich irgendwie abends den Stream gucke von Potwelt. Dann setze ich mich einfach hin und kritze ein bisschen im Tablet rum. und dann will ich mir noch einen Vektorschubser holen. Quasi einfach einer, der nochmal ein bisschen auf Masse geht und da ein bisschen rumexperimentieren, auch mit den anderen Ländern, mit Spanien, mit Japan vielleicht, für Frankreich, Italien. Genau, lasse ich mich dann nochmal ein bisschen breiter aufstelle. Auf jeden Fall, ja, das ist so mein Plan für nächstes Jahr. Ja, und Ads. Und Ads. Dafür sind ja dann meine Videos da. Ja. Ja, also an und für sich ist es gar nicht so unterschiedlich eigentlich von dem, was ich so vorhabe. Etsy hatte ich ja auch schon mal versucht. Ja, ist auch irgendwie, aber ich glaube, ich hatte die gleiche Thematik wie du dann, mit den Steuern. Und man, das war alles so kritisch. Ich habe ein bisschen Sachen in den Gruppen gelesen. Das war mir alles nichts. Dann habe ich das wieder eingestampft. Aber definitiv noch eine Sache, die man angehen kann. KDP hatte ich auch schon in meinem Video erwähnt. Also ich werde jetzt gar nicht mehr so groß ausführen. Ansonsten, wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr auch gerne nochmal in meinem Video gucken, wo ich schon drüber gesprochen habe. Und dann in Bezug auf Merge bei Amazon, klar, das Ganze weiter aufbauen. Auf dem Niveau, wo ich jetzt da rumschwirre, denke ich mal, da ist auch noch, ja, jede Menge zu holen. Also da ist noch lange nicht Ende. Und ich persönlich bin zufrieden mit dem Jahr, wie es gelaufen ist. Also am Anfang des Jahres MT2000 hätte mir da jemand gesagt, wie das Ganze irgendwie endet. Hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Also es ist doch eine sehr gute Entwicklung, auch vom YouTube-Kanal hier und von allen weiteren Projekten irgendwie war das eine echt dufte Sache, auch wenn es natürlich noch nicht vorbei ist. Aber jetzt, also am 18. Dezember wird das Ganze rauskommen. Dann bin ich doch sehr, sehr zufrieden und gespannt auf das nächste Jahr. Bin auch guter Dinge, dass das noch, ja, weiterhin wachsen wird insgesamt. Also gerade auf Merge bei Amazon bezogen. Hoffe ich ja, hoffe ich, dass nächstes Jahr dann mehr Marktplätze, mehr Produkte rauskommen. Was? Ich lasse mich überraschen. Ich nehme einfach alles mit, was da kommt. Und wenn sie sich entscheiden, keine Ahnung, Untertassen zu bedrucken, dann soll es so sein. Dann nehmen wir die auch noch mit mit und schmeißen da irgendwie unsere Patterns drauf. Weiß ich nicht. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir eine ganze Weile gequatscht. Es war eine nette Runde mit dir. Vielen Dank, Petty, dass du heute da warst. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, es war mir eine Freude. Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Nordlichter da im Hintergrund. Ja, schön, oder? Die, die man jetzt sehen konnte, ist das faszinierend, faszinierend. Ja, und dann guckt weiterhin bei unserem Adventskalender mit rein, ja, auch in den weiteren Videos. Ich bin am 24., das heißt am Freitag ist das, glaube ich, am nächsten Freitag nochmal dran. Schaut logischerweise bei allen Videos rein, weil ihr könnt ja unter jedem Video wirklich kommentieren und im Prinzip jeden Preis habt ihr eine Chance, den abzuräumen. Das heißt, das auf jeden Fall nicht verpassen und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Petty, noch ein paar letzte Worte. Nö, ansonsten nur wünsche ich natürlich allen eine schöne Weihnacht und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr, auch wenn Knallen verboten ist. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, außer reingehauen. Richtig, einen schönen vierten Advent und euch auch reingehauen. Richtig, noch ein paar Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020